weiß ich immer dasselbe schmecken ist tatsächlich bin auch so ein mensch wenn ich halt was koche ich koche ja nicht für eine portion für eine portion bräuchten herd nicht anmachen ich kann auch leck locker zwei drei mal das gleiche essen also ich habe halt eine größere portion und es sie dann halt ein paar tage ich absolut kein problem damit der entkommt uns nicht los hier davon aus wir müssen hier lang ich auch sonst ich doch oft nicht ja eben ich denke halt auch ob ich jetzt das wasser für eine portion nudeln auf dem herd stelle und damit den gleichen energieverbrauch habe wie wasser für drei portionen nudeln kann ja doch drei portionen machen nun gut bist du bereit ich habe nicht viel zeit beeilen wir uns sagt bescheid wenn du soweit bist ach doch nicht über 365 tage nico liegt es nicht so auf die goldwaage ich mache mir auch mal auflauf oder lasagne oder man ist ja auch mal woanders oder es gibt ja auch einfach mal brötchen oder so sind nicht wirklich sieben gerichte aber das sind so gerichte die ich halt schnell und gerne mache die hat auch unter der woche abends hat schnell gemacht sind wo ich jetzt nicht stundenlang in der küche stelle du musst dir keine sorgen machen dass ich nur sieben verschiedene gerichte im ganzen jahr esse und man kann ja auch nudeln nudeln sind ja nicht nudeln du kannst nudeln mit einfacher tomatensoße machen du kannst nudeln mit carbonara so machen du kannst nudeln mit bolognese machen du kannst nudeln mit wurstkulasch machen du kannst nudeln mit spinnath sahnesoße machen du kannst nudeln mit whatever machen also ja geht los lass uns gehen ich gehe so wie immer um keinen verdacht zu erwähnen folge mir mit etwas abstand versuche im schatten zu bleiben ja geh los wenn du nicht läuft das kann ja auch nicht laufen bleib nah an der wand da gibt es viel deckung los jetzt ich weiß also die 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 Und dir scheint alles ruhig zu sein, Sadiq. Ich bin nicht dein Sadiq. Ich kümmere dich um deinen Kram, und zwar schnell. Hä? Wo ist der hin, mit dem ich mitlaufen sollte? Ja. Wie viele? Wie viele? Wie viele? So weit, so gut. Die Hälfte ist geschafft. Bleib versteckt. Wenn man dich sieht, kann ich dir nicht mehr helfen. Und du musst selbst einen Weg finden. Das sind die Unterkünfte. Wasif's Gemach befindet sich vermutlich weiter im Inneren. Wie komme ich da rüber am besten, ohne gesehen zu werden? Ich gehe am besten hier rüber, springe dort unten in das Heu und gehe die Treppe hoch. Aber ich muss warten, bis der da wieder zurückgegangen ist. Endlich. Diese Tür führt dich zu Wassil. Ich muss wieder zurück. Gott, das war knapp. Das war knapp. Nudeln geht ja vielleicht noch, aber wie jetzt das Gemüse, was ich gemacht habe. Ich habe da eine Zucchini-Packung, Zuckererbsen, Möhre, Tomate, Paprika drin. Die letzten drei kannst du einzeln kaufen, aber ich kann ja keine halbe Zucchini oder nur... Das stimmt, das kommt auch noch dazu. Ähm... Man macht natürlich Packungen möglichst leer, wenn man nicht einzelne Dinge kaufen kann. Das stimmt, und dann kommen halt auch mal zwei oder drei Portionen raus. Ja. Ich habe jetzt auch einen Bericht gelesen, wo drin stand... Das Einzelhaushalt in Deutschland. Überraschend karg für einen Mann seines Rangs. Was für ein aufwändiger Schrein. Sollte ich am teuer stehen. Passiv muss seine Mutter geliebt haben. Verstaubte Erinnerungen. Ich war noch ein Junge, als sie mich schnappten und zum Schmied schickten. Der Hundesohn prügelte mich, aber ich machte mich stark, so wie du es mir beigebracht hattest. Sobald ich groß genug war, brach ich ihm mit meinen eigenen Händen das Genick. Ich drückte zu, bis ich es Knacken spürte. In diesem Moment war kein Zorn in seinen Augen. Das Einzige, was ich sah, bevor sie sich mit Blut füllten, war Angst. Es tut mir leid. Du wärst stolz auf mich gewesen, Mama. Der Oberleifend. Der Oberleifend. Der Oberleifend unserer Gemeinschken. Nach der Stavacc. Ein الحie. Wir sehen unsRadio in Saks. Der Oberleifend. Er nähert sich und er duldet keine Unordnung. Schubst ihn ins Wasser, er kann bestimmt nicht schwimmen. Besser. Das Heft ist gut, das Gewicht auch. Der Griff ist noch etwas zu klein. Mal sehen, ob die Schneide auch besser ist. Wie er gegen uns die Waffe erhebt, gehört nicht zu uns. Du hast die falsche Seite gewählt. Allah wird über mich richten, nicht du. Es bleibt zu viel kleben. Mach die Blut in Tiefen. Du Hundesohn! Verweisen wir dem Hund eine Gnade! Hier kommt die Vergeltung! Es klingt erstmal gerade wieder gut. Wir gucken mal, wenn ich jetzt ins Spiel geladen habe. Das klingt alles gut. Okay, klingt auch gut. Ich würde sagen, ich nutze einfach keine Rauchbomben. Ich werde nicht hinbekommen. Stopp! Steht bei euch wieder alles okay? Ich denke, es war ein Soundbug. Ich musste zwar die ganze Konsole neu starten, aber... Ali sieht aus wie der Bruder von Vassif. Kannst du mir nichts anderes erzählen? Es sind nur Gefangene hier drin? Er ist gefährlicher, als er ausseht. Der Aufseher... Hä? Ich kann Engel nicht mehr ziehen. Du darfst jetzt nicht dorthin füllen. Der Aufseher ist irgendwo im inneren Bereich der Garnison. Wow. Wie ist das? Der went wohl. Wie soll ich den denn finden ohne Vogel? Hä? Oh. Da hat einer einen Schlüssel. Ja, wir machen sie alle platt, oder? Sicher ist sicher. Oh, Schütze getötet. Das ist gut. Das Ding könnte ich abschießen. Da hat man den Wurf auf. Damit geht er weiter. Ich will meine Rauchbombe! Geht's sicher! Hey, bleib, hat' da! Das wird das Glück, das ist ein Glück! Ich bin fertig. 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 Ich schieße das Ding nicht noch mal ab. Nicht noch mal ab, wollte ich sagen, bevor es mir die Stimme versagt. Wieso kann ich denn immer nicht die Rauchbombe aus... Was ihm ist, ist jetzt ein bisschen träge seit dem Neustart. Ich muss ihm immer fünfmal sagen, was er machen soll. Hier zum Beispiel will er jetzt nicht rüber. Da ist der Aufseher. Hey! Vielleicht will uns jemand ablenken. Der Zellenschlüssel. Der Zellenschlüssel. Befreien wir die anderen. Der Zellenschlüssel. Der Zellenschlüssel. Ja!